...Männchenfleisch hier... ...Fackel auspacken und... ...dann... ...dann... ...Geradeaus... ...wenn das mal gehen würde... ...Folgen der Straße... ...hier geht sie lang... ...Okay, das sind echt... ...drei Türme mit normalen Zinnen... ...Scheiße, dass jetzt gerade schon wieder Nacht ist... ...auf was schauen wir da... ...was ist das... ...schaut interessant aus... ... 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 Hier kommt ein Sandschutzturm. Ist das ein Schneeschutzturm oder was? Ah, das... Ich weiß nicht. Kann ich hier rein. Puh. Klettern wir runter. Kann mir noch nicht zurecht vorstellen. Wozu die Dinger dienen oder ob sie überhaupt einen Zweck haben für mich. Ah, scheiße. Meine Ausdauer, meine Ausdauer. Auer. Der Trolle. Okay. Blöder Sandschutzturm. Mordheimer Kämpfer. Äh, wie konnte ich zoomen? Heranzoomen. Sandschutzturm. Der andere wurde nicht benannt. Schade. Komm, ich lauf da jetzt einfach nochmal hin. Was ich jetzt einfach nur herausfinden möchte, wie diese drei Türme heißen. Und mein Schwert ist eh schon wieder so halb im Eimer. Hier oben sitzt auch ein... eine Burgenschützin. Ah, komm. Was hast du da oben gemacht? So, dummerweise ist jetzt... Mehr Eisenbahn erforderlich. Scheiße. Okay. Wir benutzen mal das Langschwert. Na, Blündern gibt's ja hier bei ihr nichts. Was ist das? 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 Hast du Eisenbarren, das waren auch wieder Stahlbarren, glaube ich. Regeneriert sich, hier müssen wir mal ran. Gottschutzturm. So, ok. Und jetzt bist du dran. Scheinstreck. Ok. Wir wissen zumindest, das ist der Gottschutzturm. So, und was das dann ist, keine Ahnung. Ok. Wo werden wir jetzt mal hinschauen? Die Gegend hier auf der anderen Seite des Flusses? Das sieht für mich auch interessant aus. Wollen wir einfach mal da hin. Auf Jenseits zum Fluss. Zählt als Ast. Ok. So, gerade rüber. Schauen wir mal. Das sieht noch ganz normal aus. Die Bäume auch. Ich glaube, das war auch ein normales Holz. Ja. Mist hier aber auch. Mal weiter in diese Richtung. Zuflucht. Ähm. Schweine. Brauche ich alles nicht. Ich glaube, Menschenfleisch zum Essen. Ohne NDS zu sammeln. Holzreiche Gegend hier. Hm. Ich weiß nicht, ob ich hier rüber komme. Ich weiß nicht, ob ich hier rüber komme. Ah, das könnte eine Höhle sein. Bitte sei eine Höhle. Okay. Okay, keine Höhle. Oh, 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 oh. Das hätte schiefgehen können. Scheiße. Okay. Dann gehen wir hier runter, wir müssen irgendwie eine flache Stelle finden. Hier ist auch keine Höhle, nein. Hopp, spring, spring, spring. Okay, das müsste alles Eisend sein. Kristalleisen, Stein. Stein und Eisen. Oh, hier scheint es aber nicht sehr hoch zu sein. Komm. Komm. Kletter, kletter, kletter. Von meiner Kamera aus sieht das nicht so steil aus. Okay, ist steil. Ah, scheiße hier. Kein Hochkommen. Wie blöd. Wie blöd. Das schaut doch auf der Karte auch nicht so gravierend aus. Gibt es da irgendwie eine Straße? Ja. Ja. So lange will ich doch nicht warten. Ich will doch sofort hier drüber. Moment. Ich bin jetzt falsch gelaufen. Ist das jetzt ein Hochplateau oder nur eine Felsmauer? Oh. Was ist das denn? Drache? Heiliger. Macaroni. Was ist das denn? Zirkel der Schwerter. Zirkel der Schwerter. Zirkel der Schwerter. Wow. Oh. Hast du mich erschreckt? Du. Wolf. Ah, der nächste. Was geht denn hier ab? Ich konzentriere mich auf den Drachen. Dann auf die Geister. Endlich kommen Wölfe und beißen mir den Arsch. Ich hab nichts von der Szene mitbekommen. Aber hier gibt es viele Pflanzenfasern. Wenn ich mir jetzt hier hinten irgendwo einen Schlafsack hinbaue. 1, 2, 3. Ja, ich bin schon jetzt. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. zack kommt wieso geht das hier nicht hallo ihr feuert